20 Saisontreffer, das ist ja so die Marke, die ein echter Goalgetter anstrebt. Dieser Mann hat sie bereits erreicht und könnte jetzt noch nachlegen. Dieser Akteur hat in der laufenden Saison echten Torhunger gezeigt. 28 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Schafft er vielleicht noch die 30er Marke? Er wird es uns wissen lassen. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Wallymaus, Einwurf. Beine Reingelei um den Ball. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Das war ein schöner Versuch. Er ist für seine Distanzschüsse bekannt, das wissen wir. Und wenn sie ihm den Raum hat. Kopfball Chance. Er gewinnt den Zweikampf. Kursi-Kalejón. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Es muss ein Wurf geben. Subotic. Großkreuz. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Es muss ein Wurf geben. Achtung, er macht Tore ins. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Schmelzer. Ein Ball, zwei Spieler, der kriegt ihn. Auch der Eugeltäter hat es eingesehen. Es gibt Freistoß. Donnerwinter, schnell ausgeführter Freistoß. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Ja, so kann es weitergehen. Lewandowski. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Der könnte passen. Und jetzt hat sie es. Das Tor. Lange hat es gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Schöne Attacke. Erster Preis der Ball. Marcelo. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Gut abgefangen hat er da den Ball. So, für einen Angriff reicht es noch. Wer könnte ihn jetzt? Freude in schwarz und in gelb. Denn der BVB hat das...